Aus zehn Ligen. Von der Kreisliga. Ich bin 15 Jahre alt und spiele gerade in der Kreisliga bei D-Sports. Bis zur Bundesliga. Hallo, mein Name ist Dian, ich spiele weiter bis in der U16. Vom Dorf bis zur Nationalmannschaft. Man ist halt schon stolz, sein Land zu präsentieren. Die besten Talente Berlins. Boah! Alter Schwede. Sie alle haben einen Traum. Wenn ihr was erreichen wollt, geht morgens, abends raus, wann ihr Zeit habt. Spielt auf dem Hof, spielt im Käfig, spielt überall. Und wollen das erreichen, was sie erreicht haben. Liebe Leute, Enes Venatira hier. Ja, Benni Köhler. Mein Name ist Bila Kammerin. Wer gewinnt das Liga Battle Berlin? Fünf. Boah, jetzt dreht er auch nochmal. Ich sage heute, in diesem Duell waren sehr, sehr gute Spieler dabei. Sehr gute Spieler. Kass auf. Absolutes, nein, niemals. Wer gewinnt 1000 Euro? Viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, let's go. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Liga Battle. Und heute für einen guten Zweck für Berkin, der leider an Krebs erkrankt ist und dem wir jetzt ein bisschen helfen wollen. Also bevor das Video losgeht, ich packe euch den Spendenlink in die Bio bzw. in die Beschreibung. Spendet doch, auch wenn es nur 1 Euro ist. Es hilft ihm, es hilft der Familie. Und wir helfen ihm, dass es bald wieder steil nach oben geht. Ich bin Gregor, ich bin... Ist ja ein normaler Schal, mein Bruder. Mir war kalt. Content Creator. Ich versuche Talente, vor allem unentdeckten Talenten, eine Plattform zu bieten. Und heute habe ich mir eine sehr, sehr, sehr gute Jury zur Seite geholt, die sich was Gutes einsetzen. Und die können sich jetzt mal vorstellen. Liebe Leute, Enes Benatira hier, noch aktueller Fußballspieler bei Hertha BSC. Alter, wehe, da kommt jetzt gleich bei meiner Dings da Top 3 oder so. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Gerade mit dem Hintergrund, einem jungen, talentierten Spieler zu helfen mit dieser Diagnose. Deswegen Respekt an euch und cool, dass ich dabei sein darf. Ja, Benni Köhler, kein Spieler mehr wie Enes. Ja, ich bin auch sehr gerne dabei, auch gerade für den Jungen. Ich habe ja selber eine Geschichte, eine Krebserkrankung gehabt. Deswegen ist es für mich selbstverständlich, heute dabei zu sein. Und wirklich jede Spende hilft den Jungen weiter. Und ja, wir unterstützen ihn, wo wir können. Ja, Leute, mein Name ist Biliac Camary, bin auch Content Creator. Und für diesen Zweck eine absolute Ehre hier dabei sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung. So, Leute, der erste Kandidat kommt aus der Kreisliga. Ja, tatsächlich, den Spieler habe ich nicht selber entdeckt. Ich habe euren O17-Trainer gefragt. Wer ist denn gut? Wer ist denn jemand, der sich mal präsentieren könnte? Und dann hat er ja gesagt, ja, Baran, kommt vorbei, den schicke ich. Und ja, Baran, kannst du dich gerne mal vorstellen. Ja, mein Name ist Baran Jüdermal. Ich bin 15 Jahre alt und spiele gerade in der Kreisliga bei D-Day Sports. Okay, Baran, ganz kurz. Wie läuft die Saison? Ganz gut. Okay. Torverhältnis von 29. Alle Spiele gewonnen, zu Null. Sehr stark. Und warum hast du dich entschieden, für D-Day zu spielen? Ja, ich fand das Projekt... Das ist eine gute Frage, wa? Das Projekt ist halt wirklich mega geil. Und gucke auf viele Streamer, wie zum Beispiel Eli, Bilal oder auch zum Beispiel Sidney. Rede. Auch wenn du jetzt extra sagst. Weil ich in der Jury sitze, Haram, ja. Rede. Ja. Alles klar, dann darfst du. Let's go. Gutes Tempo. Ja, für Kreisliga. Das ist doch Soline. Uff. Gut, Junge. So Leute, nächster Kandidat kommt aus der Bezirksliga. Wir haben ihn schon vorgestellt bei uns. Ich habe ihn den unentdeckten Berliner Neymar betitelt. Ohne jetzt den Druck hochzulegen. Alles entspannt. Stell ich gerne vor für die Kamera. Also ich bin Shaham Witschisk. Ich bin 16 Jahre alt und spiele bei SC Borchewalde in der Bezirksliga. Okay, und du hast bei seinem alten Verein gespielt, ist das richtig? Bei den Füchsen? Bei den Füchsen, ja. Willst du so ein bisschen teilen, warum du dort jetzt nicht mehr spielst? Ich sollte zu 19 hoch und ich habe meine Chance nicht genutzt, weil die Trainer wollten mich die ganze Zeit. Aber ich habe es aber nicht genutzt, dann bin ich zu borsig. Mit Aussicht auf Verbandsliga so. So, Leute, Bezirks, wie ganz schön ist der Neymar hier. Let's go, du darfst. Ich mag das, wenn die so die Dynamik hatten, das sehe ich gerade noch nicht so. Dribbling ist clean. Guter Abschluss. Boah, Abschluss ist aber super, wa? Die Dynamik hatten, das sehe ich gerade noch nicht so. Dribbling ist clean. Ich sag auch, ist okay. Diese Fehler passieren. Richtig guter Abschluss, ja. Abschluss ist ein guter Abschluss. Okay, Adrian, wir sind angekommen in der Landesliga, der nächsten Liga. Stell dich gerne vor für die Kamera. Hallo, ich bin Adrian Kodait, ich bin 16 Jahre alt, spiele jetzt bei Eintracht Malzow, U17 in der Landesliga. Bin Außenverteidiger und, ja. Der Sven hat dich empfohlen. Sven kennst du auch, Bilo, ne? Ja, der Baller. Der Linksfuß, den mag ich ja. Ich bin ein Kollege von ihm und er hat gesagt, der Mann ist gut, ladet er immer ein. Okay. Dementsprechend vertraue ich ihm da. Rechts oder linker Außenverteidiger? Äh, linker. Linker? Du bist ja der Beste. Ja. Ja. Auch Abol wurde mir empfohlen, von Tarek, deinem Kollegen von Hertha. Ja. Der meinte, du bist ein guter Junge, du hast mal eine Chance verdient. Dankeschön. Grüße geht raus. Hallo, ich bin Abol. Ich spiele gerade in der U17 von Tasmania Berlin. Und ja, ich bin Fliegespieler. Und du hattest schon mal ein Probetraining bei Hertha, hast du gesagt, ne? Ja, aber schon letztes Jahr. Und da hatte ich Verletzungen die ganze Zeit bei mir. Ja, das ist klar. Und ich brauche Spielzeit, deswegen. Und go. Ich sage euch, für alle jungen Spieler da draußen, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du, wie soll ich das sagen, auf den Punkt gebracht, egal, wo du bist, egal, wo du musst spielen. Man muss spielen. Einsatzzeiten von Anfang an. Du musst gesetzt sein. Weil nichts ist vergleichbar mit 90 Minuten oder 80 Minuten Vollgas im Spiel. Ist nichts vergleichbar. Ich sage es euch. Glaubt mir. Da chillen die alle immer ein bisschen, ne? Auf diesem Weg. Das ist clean durch. Nee. So, nächster Spieler kommt dem ein oder anderen bekannt vor. Alle immer ein bisschen, ne? Auf diesem Weg. Das ist clean. Der Abschluss, alleine der Anlauf, da dachte ich mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Mann, Digga, ich werde es auch nicht so, ey, das sind junge Spieler. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sorry, ich drücke mich auch, ich drücke mich auch manchmal echt falsch aus. So darf man es gar nicht sagen. So darf man es gar nicht sagen. Es wäre besser, wenn er ein bisschen anders zum Ball steht. Sagen wir es mal lieber so. Damit er ihn genau dahin schießen kann, wo er möchte. Und so ist es so irgendwie so, er geht so von links nach rechts und dann mittel. Also die Schusshaltung ist ganz anders irgendwie. Also so komisch. Nee. Und deshalb kommt auch so ein Schussball raus. So, nächster Spieler kommt dem ein oder anderen bekannt vor. Vom Skillers Combine. Warst du schon dabei? Ja, letztes Jahr. Wie weit bist du gekommen damals? Bis Viertelfinale, denke ich. Viertelfinale, okay. Also hat was drauf, deswegen bist du hier. Jetzt kannst du aber mal zeigen, wie du dich entwickelt hast. Ich bin gespannt, stell dich gerne vor für die Kamera. Ich bin Kai Um, ich bin 15 Jahre alt, spiele bei TB U16. Du hast ja auch eine interessante Geschichte. Ja. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Äh, 2015 Ende. Okay. Wann hast du Geburtstag? Bitte? Wann hast du Geburtstag? Ja, das erste, erste. Okay, Kai Um, alles klar. Ja, aber der will. Das ist gut. Der will. Guck, da ist das Tempo. Okay. Die, die wissen, die wissen. Alles klar. Aber sein Tempo, wie er durchgeht. Aber der will. Das ist gut. Mit dieser Bewegung, super. Der will. Guck, da ist das Tempo, was ich meine. Alter. Das ist Rechtsfuß aber, oder? Linksfuß. Das ist Linksfuß. Das ist ja Linksfuß. Schön. Okay. Dribbling fand ich gut. Dynamik war am besten bis jetzt, meine Meinung. Nächster Kandidat, Eli. Auch ein bisschen last minute. Bin durch die Datenbank durch, hab dich gesehen. Viktoria Berlin. Lass du, Dario. Hoffentlich nächste Woche Crazy 719. Sehr interessanter Spieler. Hab mir ein paar Clips angeht. Du bist auch Auswahlspieler, ne? Von Berlin? Ja. Okay. Aber Nazio noch nie in die Chance stand. Noch nicht. Aber vielleicht? Kommt noch. Vielleicht bald. Hoffentlich. Der erste Schritt. Daran glauben. Ja, stell dich gerne vor. Come on. Hallo, ich bin Eli Zorowski. Ich bin 16 Jahre alt. Und ich bin der U-17 von Viktoria Berlin in der Regionalliga. So, Viktoria Berlin, Leute. Angekommen in der Regionalliga. Gut. Gute Bewegung. Gut. Klim, gut. Stabil. Komm, Junge. Aber er will. Ecke anvisiert. Gute Schusstechnik. Stabil. Besser, aber ein bisschen kontrollierter. So, Lewin. Geil, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Du hattest ja heute noch spielen, ne? Ja. Du hast auf jeden Fall Commitment. Ey, den Mann habe ich nach dem Dingster-Videodreh mitgenommen. Spielst du bei Union Berlin? Ja. Hier bei Union Berlin. Stell dich gerne vor, die Kamera. Ich bin Lewin Adamowitsch. Bin 15 Jahre alt. Spiel für die U-16 bei Union Berlin in der U-17 Regionalliga. Was würdest du sagen, macht dich aus als Spieler? Du bist Innenverteidiger, ne? Ich bin Innenverteidiger. Ich würde sagen, ich bin schnell für einen Innenverteidiger sehr. Und das ist Defensive 1 gegen 1, würde ich sagen. Okay, perfekt, Lewin. Dann, wir wollen ja nicht viel rumreden. Ich würde das loslegen. Innenverteidiger. Boah, aber für einen Innenverteidiger nicht schlecht, ne? Es hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Positiv. Für einen Innenverteidiger. Innenverteidiger müssen wir immer warten, bis Defensive kommt. Alles klar. Das ist mein Fail wird jetzt hier. So. Hertha WSC. Dian, cool, dass du gekommen bist. Stell dich gerne mal erstmal vor für die Kamera. Wie alt, wer bist du? Wo spielst du in welcher Liga? Hallo, mein Name ist Dian. Ich spiele weiter bei den U-16 in der Regionalliga. Und welche Position? Achter. Was würdest du als deine Stärken bezeichnen? Dribbling. Offensives Dribbling. Meine Schussqualität. Und das ist zuerst mal dran. Ich würde sagen, darfst du loslegen. Vollgas. Okay, Dian von Hertha. BSC. Hier, guck mal, wie sauber. Oh, sauber, 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 sauber. Das ist die Hertha-Schule. Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch dazu sagen? Da merkt man halt einfach Unterschiede. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da merkt man einfach Unterschiede. Ist so. Weil die ein Jahr jünger sind, Bruder. Das ist so krieg, so sauber. Sauber, 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 sauber. Das ist die Hertha-Schule. Macht das Tor. Wieder der Ronald, aber schöne Schusstechnik. Torger ist mal getroffen, das ist immer wichtig. Ja, gut, Junge. So, angekommen in der Bundesliga. Alaikum Salam, Bro. Als Spieler am Samstag, ja, mein Spiel war jetzt nicht so ein bisschen unglücklich, aber geiles Spiel gewesen. Als Jahr jünger, ne? Ja. 2008er, äh, 2009er. Aber stell dich gerne mal vor in die Kamera. Hallo, ich bin der Jata. Boah, der Mann war auch, alter Schwede. Also da waren zwei, drei Spieler dabei, die wirklich, äh, boah. Gerade, ich spiele bei NRG Cottbus in der Bundesliga. Und, ähm, ja, ich spiele Zehner, auch Achter und Sechser. Warst schon bei der Nationalmannschaft dabei, zwei, dreimal? Äh, ich war zweimal bei Trainingslehrgängen dabei. Ähm, also in der 15, das war letztes Jahr. Und, ja, es war auf jeden Fall sehr gut. Also, es hat Spaß gemacht. Ich war auch sehr stolz drauf. Ja, nicht. Okay, Jat von LNG Cottbus, Leute. Ganz oben ange... Ich muss nur sagen, wo er angefangen hat zu laufen, so seine ersten Bewegungen, dachte ich erst mal, hm, was erwartet mich jetzt? Komm, in der Bundesliga. Er kommt noch ein bisschen runter, wenn er läuft, irgendwie. Ja. Boah, boah. Boah, boah, boah. Oh, mein, er kann schon, ne? Was sagt ihr, Männer? Er hat, glaub ich, mit seinem schwachen Fuß geschickt. Ja, hörte ich auch grad sagen. Bist du, bist du rechts Fuß oder links? Ist nie sowas direkt. Ich schwör, ich schwör, ich wollte es dir sagen, ich dachte, wenn ich das jetzt sage und es ist nicht so. Ja, danke, danke. Ja. Ja, stark, dass ihr das sofort erkannt habt. Boah, nächster Spieler, ähm... Wartet mal noch ab, Digga, was da jetzt noch gleich kommt. Ist unser berühmt-berüchteter Mystery-Spieler, also, ratet doch mal in den Kommentaren, wo er spielt, in welcher Liga. Was denkt ihr, was haltet ihr von ihm? Gute Frage. Ich glaube, mit 15, 16, Luca? Ähm, ja, wir wollen gar nicht viel erzählen. Du kannst einfach direkt loslegen. Mystery, willst du die Schuhe zumachen vielleicht? Ja. Ja, im Box gar nicht. Ah, jetzt geht er langsamer, weil er nicht ausrutschen will. Boah, Alter! Ja, aber er sieht so durchschnittlich aus. Ja. Boah, strahl. Stark. Okay, Jungs. Sehr solide. Ich würde sagen... Das ist für uns und den. Oder? Ja, danke. Ich würde sagen, vom Dribbling her war es wirklich gut. Man sieht, ihr seid alles Strasskicker, gute Technik. Von der Dynamik habe ich mir manchmal ein bisschen mehr erhofft und auch vom Schuss. Mehr sagen wir erstmal nicht. Wir wollen hier auch keinen verunsichern. Ähm, die Jungs, die jetzt nicht so performt haben, die wissen es, glaube ich. Da wollen wir jetzt ein bisschen was sehen. Und ich würde sagen, Baran, du darfst loslegen. Five-Star-Challenge kennt ihr alle, oder? Find the Pro. Oh, ich habe auch eine gemacht. War nicht so dolle. Ich weiß gar nicht, ob er die mit reingemacht hat. Mega-Battle, alles Mögliche. Schau mal, Mann. Ich glaube, das sieht man fast jede Woche. Ähm, und da würde ich sagen, Baran, du darfst anfangen. Oh, Mann. Den. Elfmeter. Ja, ich feier das aber, wie der Keeper so mitmacht. Ehrgeizig, war? Nee, der war gar nicht. Das ist einfach nur hoch. Das ist so wichtig. Vom Internet. Gut gehalten. Stark. Boah. Keeper. Wo spielt denn denn? Ciao, ciao, Na, Mann. Alles gut, Salam, Luca. Ja, Fabelsberg, Regionalliga. Stark. Wie ein Golfschläger. Es war der Ronaldo, aber er hat geklappt. Und jetzt extra flache Plätzchen, ne, Bilo? Stark. Stark. Ey, das würde mich so aufregen, dieses Hütchen. Ist aber wirklich so. Ist auch so. Einfach fürs Gefühl. Boah, nicht schlecht. Ist halt nur Kraft. Fast so wie bei Enes mit links. Und da wird aber noch hängen, das Ding da. Im Angeln. Also jetzt annehmen und schießen, was? Zwei Kontakte? Ja. Ich schwöre, nicht schlecht. Dürger. Also Kreisliga? Nicht schlecht. Ist das ein Dreamshow? Also Kreisliga? Ist okay. Ja, definitiv. Lukisch. Für D-Day-Sports ist gut. Muss zwei Kontakte sein, Metzen? Muss zwei, ja. Ich hab's gehört. Okay, Sean. Du darfst. So, mit Six-Liga, zweite Liga. Artham, was geht meinem Bruder? Dankeschön für zwei Monate. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Gut. Ich glaube, dass dieser Shootertyp im Spiel besser auf völliger ist. Bei diesen einzelnen Übungen. Weißt du schon mal? Ja, natürlich. Boah. Gut, Junge. Ausbaufähig? Egal, das ist okay. Ist okay. Sieht bei mir nicht besser aus. Bei mir auch links und rechts. Rechts oben. Wollt er. Aber das ist eine gute Schusstechnik eigentlich. Ich will mal direkt eine Faser. Was denn? Der hat aber eine super Schusstechnik. Das sieht man. Schusstechnik, das ist das, was sie gerade so ein bisschen rettet für mich. Das ist ein bisschen... Nee, der ist gut, der ist gut. Der ist so verhalten, der ist so schüchtern. Ja, ne? So zurückgezogen. Wie viele Tore denkt ihr, ist wirklich so, ist gut? Vier. Vier ist gut. Ist gut, also wirklich richtig gut. Weil fünf kannst du nicht erwarten. Das ist meistens, wenn ein schlechter Torwart im Tor steht. Mit einem guten Torwart, mit ihm vier sehr gut. Ja, vierer Quote ist schon sehr gut. Ja, natürlich auch. Vier ist auch, vier mit rechts, drüben mit links. Das ist egal. Nee, schon mit links. Ich mag den Keeper. Ich schwöre es euch. Stark, Dominik. So seine... Wie er... Der hat Bock. Der kommt hierhin und will sich zeigen. Sowas liebe ich. Bei ihm Panenka. Ich fühle ihn ordentlich, ja? Ja. Außenverteidiger. Oh! Ich schwöre... Das hast du, ne? Links. Einfach mit links rein. Nein. Leider die Wahrheit. Ich bin ehrlich, ich wäre sowas. Ich hasse sowas. Ich schwöre. Was soll ich sagen? Ich will euch da nicht anlügen. Ja. Ich hasse sowas. Weil ich flippe da aus. Wenn ich Trainer wäre, würde ich da ausflippen. Ich will jetzt nicht sowas sagen, weil es ist ein junger Spieler, aber ich hasse sowas. Ja, ja, ja. Mach die Dinge einfach rein. Mhm. Fackel nicht lange. Gut, Keeper! Ich bin ein junger Spieler, den er immer im Kader haben kann. Du sagst, das kann passieren? Hast du schon mal Fußball gespielt, Yoda? Du sagst einfach wirklich, das kann passieren für dich, mäßig? Digga, das ist schon heftig. Also, ich lasse mich oft so gerne des Besseren belehren. Aber Bruder, das ist also... Von... Ich schwöre es euch. Von tausend mache ich tausend rein. Das würde jeder aber von euch. Es ist schwerer Pfosten zu treffen als leere Tor. Außenverteidiger. Oh! Das hat... Ich schwöre... Gut, Keeper! Digga! Einmal und nie wieder. Der Spieler, den er immer im Kader haben kann. Was ist mit dem Keeper los? Also, an alle NLZ-Leiter. Lade den Jungen mal ein. Warum nicht? Auch seine... Also, wie er drauf ist, so. Du... Eine Katze, Digga, Katze. Ja. Ein Blickpenter. Ich mag so eine... So eine... Gut genommen aber. So, Abol. Bisschen Wackelkandidat. Er muss jetzt was... Er muss jetzt was zeigen. Er muss jetzt was zeigen. So, die Jungs sind jetzt alle 16, 15. Wenn ihr jetzt realistisch seid... Männers, wo wart ihr in dem Alter? Wie vergleicht ihr euch auch mit den Jungs? Kamari ist ruhig. Ich sag nix. Du belegst mich gerade, Alter. Ich sag gar nix mehr. Ich hab keinen Bock mehr irgendwas zu sagen. Bevor da wieder was hochgeladen wird. Kamari ist ruhig. Kamari sagt gar nix mehr. Sorry. Alle 16, 15. Wenn ihr jetzt realistisch seid... Männers, wo wart ihr in dem Alter? Wie vergleicht ihr euch auch mit den Jungs? Kamari ist ruhig. Ich sag nix. Du belegst mich gerade, Alter. Ich war schon da mit 16. Was ist das für ihr, Jungs? Die war damals anders. Scheiße. Aber er ist sympathisch. Ich mag ihn. Ja, aber es zählt nicht. So was mag ich auch. Wenn er drin ist am Ende. Er ist ein bisschen gezockt. Straße. Jetzt bin ich gespannt. Ihr vergesst immer, dass die... Die Leute vergleichen mich jetzt mit früher. Ich kann es nicht mehr. Guter Schuss. Gut, Junge. Da oben die Jungs aus dem Internat. In Orbenstadt. Mit rechts war schon sehr schön. Ich weiß nicht, was ich von dem hab... Das ist nicht frisch, nicht frisch. Das ist so... Ich frisch nicht frisch. Ja, so keine Ahnung. Der ist bestimmt nicht schlecht. Ja, so... Eigentlich irgendwie... Egal, aber trotzdem. Ja. So irgendwie er kann oder irgendwie... Zeigt er nicht alles? So ein Zwischending irgendwie. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall Wackelkandidat immer noch. Obwohl er auch gut ist. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Was der mit links da gerade gemacht hat. Ich weiß, du bist wirklich sehr gut bei Thüsig, ne? Aber ich in dem Alter war nicht mit links so gut. Bin ich ehrlich. Mit rechts war auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also ich schieße jetzt sogar noch mit links. Ab und zu wie in... Keine Ahnung was. Guck mal. Bundesliga, wer ist da so weit für sich? Ja, das finde ich ja. Ich mag seine... Einfach... Wach. Gratlinigkeit. Ja, so. Ja. Ja, ein bisschen schön. Oh, oh, oh. Stacke da. Super. Super. Ein Torwart musst du fahren mit dem. Ja, auf jeden Fall. Der ist sofort auf der Liste. Wie ist der aktuell? Babelsberg steht hinten drauf. Ja. Der neue, die da. Der steht hinten drauf, hab ich gesehen. Momo heißt der. Babelsberg Regionalliga. Solide ist. Ich sehe aber seine Stärken im Drimling. Ja, er fällt ein bisschen runter jetzt. Gerade. Im Ranking. Ich fand ihn besser im... Ich fand ihn besser im Drimling. Bei ihm fehlt mir so ein bisschen die Power. Man merkt, dass der nicht die Power hat im Schuss. Viktoria Berlin. Letztes Jahr glaube ich noch Bundesliga in seiner Jugend. Leider abge... Ich könnte es mir einfach die ganze Zeit angucken. Ich könnte auch einfach gar nichts sagen. Und einfach nur so das genießen. Ich liebe sowas so in den Videos. Und ich glaube das ist auch der Grund, warum meine Schlagdibilo Folgen auch einfach so teilweise so gut ankommen. Also die Videos machen ja eigentlich immer fast 100.000 Views. Und weil es einfach Spaß macht zu gucken. Ich schwöre. So Five Shot und sowas. Es ist einfach entspannt zu gucken, finde ich. Ich bin nicht gestiegen. Jetzt dann regional. Okay, du darfst. Mika auch im Tor von Energie Cottbus. Da hängst du Jumper Wall deshalb? Ja. Schöne Bewegung. Er hat einen clean Bewegungsablauf. Schöne Bewegung. Es gibt manche, die machen Übersteiger. Da sieht es so aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Und dann sieht es ja an manchen so aus wie dieses saubere Reifen. Boah. Ey, er ist bis jetzt fast sogar der Beste. Sehr clean. Ja. So super, Alter. Guck ihn dir mal an. Was ist das für ein Five Shot Durchgang? Digga. Rechts geisteskrank, links geisteskrank. Wie viele Tore hast du? Alle. Guckst du die Träne? Ich mach den letzten auch noch. Ja. Ja. Fünf. Guck der Russ annehmen. Ja. Trotzdem gut. Super, Alter. Top Durchgang, ja. Boah. Sau stark. Gut ausgeguckt. Stark. Reicht. Groß und trocken. Reicht. So wie du es am liebsten magst. Ja, okay. Ich will ihn aber noch mal im Spiel sehen eigentlich. Ja, ich glaube schon. Schwierig. Den mit der Sohle einfach. Nach vorne. Innenverteidiger. Das müssen wir jetzt so gucken. Willst du mit ihm zum Becker eigentlich da? Schauen gleich mal. Auf geht's, Dian. So Leute. Hertha BSC Regionalliga U16. Ja, okay. Ja, das will ich sehen, Junge. Puh. Aber. Er hat ein bisschen Topspin in seinem Schuss. Ja, der wird zu spiel runtergegangen. Ja, aber ja. Das ist natürlich, sieht geil aus, aber ist ein bisschen schwerer. Gut mit links, also solide. Ja. Ich sage immer, 5-Shot. Zwei müssen. Drei gut. Vier sehr gut. Okay. Enes Benatira. Fußballer macht aber auch nur einen. Deshalb sage ich, manchmal ist es wirklich alles. Oder meinst du Köhler, Benni? Komm. Diese 5-Shot. Ich schwör's dir. Alle kommen in der Bundesliga. NLZ-Liga, Nachwuchsliga. Auch Schal. Man kann sehen, wie man will. Judd. Ich schieße wieder mit links. Soll ich mal sagen, ist er mit rechts schießen? Doch mit rechts. Sauber. Sauber. Alles gut, Bro. Wer dreht müde denn? Es ist Unionanlage, ja. Das war nicht schlecht. Ich sage euch, der wird euch noch überraschen, der Mann hier. Mich selber auch. Gut gedacht. Lass dich nicht verarschen, Momo. Gut gedacht. Schlecht gemacht. Über FIFA. Zehner. Wartet mal ab. Er hat mich noch so überrascht. Zehner, ja. Achter Zehner. An die Hand auf der Straße aufpassen. Nicht rennen an der Straße. Okay? Passt auf. Lass den Ball hier. Einen muss er noch, ey. Einer ist ein bisschen dünn. Super. Touch. Abschluss. Okay. Ich finde ihn trotzdem vom Gesamtpaket gut, wenn man die erste Challenge auch mit reinnimmt. Einen muss ich spielen sehen. Einen muss ich spielen sehen. So, Leute. Mystery. Happy lift. Boah, stark. Gut gehalten. Super gehalten. Gut geschossen, ja. Gut geschossen und gut gehalten. Gut geschossen und gut gehalten. Digga, was ne Qualität bei den Teutern. Super. Bisschen viel, ne? Gut geschossen und gut gehalten. Einen muss ich spielen sehen. So, Leute. Mystery. Happy lift. Boah, stark, Mika. Super gehalten, ja. Gut geschossen und gut gehalten. Digga, was ne Qualität bei den Teutern. Sehr dynamisch, der Junge. Bisschen viel, ne? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Er ist so schnell. Ich mag ihn. Wenn du so nicht Spieler richtig so in die Hand nimmst und zeigst, da und da machst du das und da nicht. Das haben wir zu wenig in Deutschland. Das ist ja genau das, wo wir ansetzen wollen. Ja. Dass wir diesen Jungs eine Chance geben. Danke schön, mein Bruder. Joshua, danke schön für den Zapf. Der hat ne Power, Alter. Richtig Kraft im Schuss. Aber der ist ja richtig, der ist stabil. Ja. Interessiert mich auch, muss ich ehrlich sagen. Hast du mich schon wieder vergessen? Es soll so ein bisschen Mist sein. Ihr könnt ein bisschen raten. Könnt ihr mal sagen. Juliano. Ja. Alles andere ist Quatsch. Boah. Gut, Junge. Stark. Jungs, ich mach euch ein Angebot. Einer von euch kann eine Five-Foot-Challenge machen. Und für jeden Treffer spende ich persönlich 50 Euro an der Kind. So, Bilo bei der Five-Foot-Challenge, Leute. Alter, ich muss das machen mit meinen Air Force mit diesen Schnüsenkeln. Stark. Gut, Junge. Hopf. Ich wollte durch die Beine. Ah, aber das hat zu viel. Wie gesagt, für jeden Treffer 50 Euro von mir. Ey, das hast du nicht vorher gesagt. Am Berg hin. Ach so. Ich schwöre, dann hätte ich richtig ernst gemacht hier. Boah. Aber es sind die Schuhe. Sag ich ehrlich. Es gibt 50 Euro für jeden Treffer. Was ist das für dich? Wow. Links aber. Bleib mal ruhig. Joshua, ich danke dir, mein Bruder. Für deine Nachricht. Bleib ruhig da. 50 Euro für jeden Treffer. Was ist das für dich? Wow. Links aber, oder was? Den kann er. Auch im Schlaf. Bester Touch heute. Das war Katastrophe. Ja, okay. Der war Quatsch. Der letzte absolut Quatsch, Bruder. Den kann er. Aber wisst ihr? Ja, ich weiß. Das war wirklich. Das war fatal. Aber ich sage euch. Nein, lag nicht an Schuhen. So ein Schuss darf nicht mal rauskommen, wenn du mit Schahata schießt. Ich sage euch jetzt mal was. Ich saß da schon anderthalb Stunden in der Kälte. Weißt du, wie kalt es an dem Tag war? Und dann musste ich aus der Kalten, musste ich das machen. Mit den Schuhen. Sag ich euch ehrlich. Annahme Top, Schussflop. Ja, geh ich mit, Bruder. Aber ich sage euch. Und deshalb. Ihr versteht das nicht. Diese Bälle. Und wenn sie auch immer bei Fight2Pro kommen. Und die können den Ball nicht annehmen. Ich habe euch gesagt. Ich mache das sogar barfuß. Wer diesen Ball nicht ganz entspannt so annehmen kann. Sorry. Das ist einfach ein Nein niemals. Den kann er. Bruder, ich nehme den im Schlaf so an. Bruder, der liegt perfekt vor mir. Der liegt perfekt vor mir. Im Schlaf. Bester Touch heute. Aber ja. Abschlusskatastrophe. Oh. Ja, okay. Der war Quatsch. Komm, einen Applaus. Nee, nee, nee. Jungs. Die Entscheidung steht. Wir müssen leider zwei Spieler vorm 4 gegen 4 verabschieden. Und. Nein, Bro. Du verstehst das nicht. Einer ist zu Fight2Pro, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und bei Superbarbox auch noch an. Und wie gesagt, ich würde, ich glaube, ich spreche da für die Jury. Bruder, wenn ihr mir jetzt sagt, ihr seht bei mir beim Anlauf oder bei der Bewegung. Ich bin kein Fußballer. Tamam, ich höre auf mit Fußball. Aber ist ja nicht so. Wenn ihr mich anguckt, wie ich laufe. Das habe ich vorher gesagt. Sagt die Wahrheit. Am Berg hin. Ach so. Ich schwöre, dann hätte ich richtig ernst gemacht hier. Boah. Aber es sind die Schuhe. Sieht nicht so aus, oder? Ich schwöre, sieht aus, als ob ich Fußball spiele. Sag ich ehrlich. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Es gibt 50 Euro für jeden Treffer. Was bedeutet das für dich? Der Torwart hat es nicht verstanden, wisst ihr, wa? Der Torwart hat es nicht verstanden. Wow. So, gut jetzt. Wir waren einfach wirklich gut präsentiert. Das ist erstmal unsere Entscheidung. Mir geht es gut, mein Bruder. Vielen Dank euch. Ich würde sagen, zweimal vier Minuten. Okay. Nach vier Minuten Seitenwechsel. Danach werden vier Spieler verabschiedet. Das heißt, jetzt geht es um die Wurst. Zeigt was. Zeigt Tricks. Zeigt einfach, was ihr könnt. Und mehr will ich nicht sagen. Genau, habt Spaß. Durch Spaß kommt auch Qualität und dadurch kommt Leistung. Aber ernst. Sonst nein, niemals. Sonst ein absolutes Nein, niemals. Schiff. Guter Einteil eigentlich. Hast du hier, etwas defensivere, zwei offensivere. Ja. Zwei offensivere, zwei defensivere. Safe, Davis, Bruder. Safe. Ich mag die Spieler, die sich ohne Furcht vom eigenen Tor den Ball abholen. Schön, schön. Quer, super. Aber die Idee ist gut. Ja. Gut gehalten. Gut Kipper. Ja. Gut, Momo. Ja. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Weiter, weiter. Zaka. Diesen Spieler, den musst du so zügeln und zeigen, wie man was macht. Also Potenzial sehe ich auf jeden Fall. Ja. Das mag ich ja auch, wenn die Kommandos geben, laut sind, sich trauen. Der Judd ist schon. Ne, habe ich noch nicht, Bruder. Brandenburg. Er kann schon, wenn er will, wa? Ja. Beide gut. Also von dem Neymar da, was wir gesagt haben, haben wir noch gar nichts gesehen. Von gar nichts, gar nichts. Ja, stark. Jarpt ist sehr aktiv, holt sich den Ball ab hinten. Ich weiß nicht, ist nicht mein Favorit. Weißt du warum, Enes, Bruder? Weil, er ist ein bisschen für mich Grobmotoriker. Mhm. So ein bisschen so deine Körperhaltung und seine, nicht zu viel. Beide gut. Stark. Ich habe mich an dem Jungen noch getäuscht. Gehalten. Stark, Alter. Ich mag ihn auch, ja? Ich mag ihn. Komm mal nach Niedersachsen, Bro. Hier sind einige, die dich kennen von damals, die auch mit der Jugendnationalmannschaft gespielt haben. Ja, ja. Bruder, ich muss noch so viel Städte abackern. Ich bin übertrieben, Digga. Ich hoffe, dass er nicht Leistungszentrum spielt. Ja, ich mag ihn auch. Okay, Pass. Sehr geil, Jarpt wird noch so aufdrehen. Wieder. Guter Durchgang. Schön Feuer drin, ich mag das. Sehr aktiv, wieder Mystery, meiner Meinung nach. Muss ich kontrollieren natürlich. Von Schaden kam es wenig. Also wenn das so weitergeht, reicht es nicht, meiner Meinung nach. Und, go! Ui. Gut veranscht. Boah. Das ist halt einfach Qualität, ne? Das ist schon stark. Der ist schon auf die Hertha BSC. Haue, Hertha BSC auf die Eins. Der ist so unscheinbar. Ja, Mann. Das ist schon gut, ja. Nicht schlecht gemacht. Gute Bewegung, ja. Ruhig. Es freut sich noch nicht so. Gut, Keeper. Super. Der ist nicht leicht, ne? Wir kommen langsam. Ja! Ja, Juni! Kurvenmotorik nehme ich ein bisschen zurück. Bei? Ja, macht er schon. Der hat schon starke Überlegungen drauf. Für. Ja, Cottbus muss man schon sagen, ja. Links, rechts seine Überlegungen sind schon gut, ja. Kann man nichts sagen. Ich finde ihn, also meine Meinung, am aktivsten. Er holt sich den Ball ab. Er macht Aktionen. Ja, safe, safe. Er hat Bock. Das ist meine Meinung. Wer? Ey, Judd. Energie Cottbus. Auch wenn du nicht so ein Fan bist, ich finde ihn aber, er hat Bock zu spielen. Er traut sich. Gebe ich dir. Boah, jetzt dreht er auch noch mal so auf. Der war doch eigentlich schon weg. Der Kopp schoss ich ja raus. Das war ein Dayma, ey. Oh Leute, ist das hart. Er ist halt ein Jahr alter, der Schan. Das muss man auch beachten. Mischung ist jetzt auch noch nicht, Daniel, was ich sehe, muss ich ehrlich sagen. Ein Jahr alter? Ja, das muss man schon beachten, finde ich. Traf ihn. Super effizient, der Dian. Das ist, glaube ich, sein drittes Tor sogar. Okay, passt. Danke. Reicht, vorbei. Okay, Jungs. Wir haben uns alle ein bisschen Gedanken gemacht. Bilo, du hast, glaube ich, jede Folge gesehen bis jetzt. Tja, ich muss sagen, ich glaube, heute war so, ich glaube, es ist die beste Folge jetzt. Von der Qualität her. Ja. Soll ich auch meine Kandidaten sagen? Sag gerne. Jart, bei dir war ich so ein bisschen, am Anfang wusste ich nicht ganz so, was ich mit dir anfangen soll. So, natürlich, man hat gesehen, du kannst gut so, aber da war so manchmal so irgendwie, ich weiß nicht so, vom Gefühl her. Aber hier bei der Übung jetzt, hast du die Bälle abgeholt, links wie rechts, gut aufgedreht. Bis ins 1 gegen 1 gegangen, Abschluss, Übersicht, gute Bälle, war es eigentlich fast mein Favorit oder mit meinem Favorit. Du bist auf jeden Fall für mich weiter. Adrian, Mahlsdorf, fand ich auch sehr gut. Ist, glaube ich, auch noch sehr viel rauszuholen. Vielleicht kann Enes dir ein bisschen helfen hier, irgendwo dich zu vermitteln. Eli, Viktoria, Berlin, auch top, muss ich sagen, 1 gegen 1, hat mir gefallen. Und, äh, letzter war für mich so, Stechen, Mystery und, äh. Die Sache ist halt, äh, Sub, wenn du mich so fragst. Die Sache ist halt, bei Mystery ist so die Sache, man sieht halt, der hat halt brutale Anlagen. Wenn du den Jungen richtig formst, sag ich, kann er krass sein bei Mystery. Weil du siehst, er ist explosiv, er hat, äh, guten Schuss, er hat eine gute Technik. Den kannst du halt so trainieren mäßig. Äh, Dian, aber ich glaube, Dian, deins ist mehr so auf Großfeld, aufdrehen, gute Bälle spielen, Übersicht. Äh, ich glaube, das ist mehr deins und da habe ich so, deshalb habe ich... Dankeschön, Dario, oder vielen Dank. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich da Mystery, äh, hier... Dizi auch nochmal Dankeschön, Jungs, Kuss. ... hier mitnehme. Abbasar, also ich hätte auch dich nehmen können, so... Vom Gefühl her, du bist, ich weiß jetzt nicht, wo er spielt, du bist schon beim besten Verein in Berlin. Also ich kann mich da zu 99 Prozent wieder anschließen. Fangen wir mit dem Positiven an. Ich habe, äh, Adrian, Jad, Eli und Mystery gewählt. Bei Mystery, du warst erstmal mein Favorit bei den Übungen. Und deswegen habe ich ja gesagt, jetzt kommt die Wahrheit. Beim Fußballspiel sieht man immer so, sag ich mal, das Komplettpaket. Man sieht so ein paar Defizite, aber du bringst auf jeden Fall viel Wucht, viel Energie. Genau, Mystery muss man schleifen, so vom Gefühl her auch, ne? Energie, auch deine kleinen Skills, die bringst du mit, das ist gut. Bei Jad war ja auch so, wusste ich jetzt nicht, was Fische oder Fleisch ist, aber hat mir auch gefallen. Man sieht, du hast eine Spielintelligenz, ja, weißt, wann du mal einen Chipper spielst. Bei Eli bringst du auch alles mit für die Position. Adrian, für das, dass du jetzt nicht auf höchstem Niveau ausgebildet worden bist, bewerte ich jetzt danach. Deswegen war es auch bei mir zwischen Dian und dir halt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber bei Dian, ich kenne ihn. Noxi, danke für alles, Bruder, gute Nacht. Eigentlich bin ich hier der beste Fußballer drin, aber da bewerte ich halt andere Dinge. Weil ich glaube, dass Spieler, die jetzt deinen Werdegang haben, eine Chance verdienen sollten, sich mal zeigen zu dürfen, da Dian ja schon beim Bundesliga-Verein spielt. Deswegen habe ich mich für dich mit entschieden, weil das Potenzial in der Serie auch auf jeden Fall vorhanden ist. Und deswegen habe ich dich dann halt auch mit dazu genommen. Das hat ja schon viel gesagt. Also ich habe trotzdem Schaden mit drin. Dian habe ich auch dabei. Für mich auch überragender Fußballer. Ich gucke eigentlich immer eher so auf die kleinen Sachen. Den Straßenfußball gucke ich ein bisschen raus. Mystery ist für mich auch dabei. Ich halte relativ kurz, ja. Deswegen, falls die Leute ja nicht wisst, Dian ist halt mein Sohn. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu bewerten. Deswegen nicht traurig sein. Ich weiß, was du kannst. Ich nehme jetzt vier andere, die ich nehme. Wir wissen es alle. Ja, ja. Ich will jetzt paar andere Jungs sehen und Adrian habe ich auch dabei. Meine Meinung ist relativ gleich. Mystery, du hast vorher überzeugt. Im Spiel war es ein bisschen wild, fand ich. Aber du warst trotzdem gut. Man sieht bei dir enorme athletische Anlagen. Und wie Bilo gesagt hat, dich kann man formen. Dich muss man an die Hand nehmen. Judd, also ich fand dich richtig gut. Wirklich richtig, richtig gut. Ohne, dass du jetzt abhebst. Aber für mich warst du da der Beste. Man sieht deine Qualitäten. Eli, mich hast du in der Five-Shot-Challenge abgeholt. Und hier hast du das gezeigt, was du vorher schon vorgemacht hast. Hast du es bestätigt. Da fällt jetzt meine Wahl tatsächlich auf Dian tatsächlich. Ich sehe, dass du ... Dian ist der Sohn von Köhler. Du hast einen flüssigen Bewegungsablauf. Und das ist für mich immer so eine Sache, auf die ich achte. Und da interessiert es mich nicht, ob du bei Hertha spielst oder bei DLA Sport. Das ist halt einfach das, was ich sehe. Dementsprechend haben wir aber wahrscheinlich drei Spieler safe. Das sind Eli, das ist Judd und das ist Mystery. Also ich würde gerne mal Dian gegen Adrian sehen. Wer macht das? Vollkommen okay. Ist das okay? Ist das okay? Natürlich. Teil vom Wort. Ich bin offen für jede Competition. Aber ganz kurz nochmal, ich will kurz was hinzufügen. Zwar an die Spieler, die jetzt nicht genannt worden sind. Wir sind jetzt hier keine Propheten oder Hellsier. Deswegen soll es auch für euch kein Maßstab sein, dass wir ... Stürgen gesagt, Enes, rede! Enes, rede! Wenn ihr den Weg nicht weitergehen könnt, wir haben alle so eine Entscheidung mal treffen müssen oder entgegengebracht bekommen. Ich will nur was zu Chan sagen auch. Die haben dich hier gerade gefeiert auch mit deinen Videos und so. Ich habe es leider nicht gesehen, aber gucke ich mir an. Man sieht, dass du dich so ein bisschen zurückgezogen hast. Aber ich kann dir nur eins mit auf den Weg geben. Ich reg von nichts ab. Zeig das, was du drauf hast, egal wo du bist, egal was du machst. Natürlich auch für jeden anderen auch. Ja, egal wo man spielt. Zu dich ist so ein bisschen Tagesform, wie das oft hier Tagesform heute erwähnt. Aber speziell, was dich betrifft, hat man gesehen, dass du dich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt hast. Und dich ein bisschen zurückgenommen hast vom Spielgeschehen. Aber das, was du mitbringst, du hast jetzt so ein, zwei Aktionen gehabt, hat man eigentlich gesehen, dass du auch mit der Kugel gut umgehen kannst. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt auch viele, die jetzt nicht genannt worden sind, trotzdem da ihre Träume. Ey, krass, wenn man mal so überlegt, Chat. Ich habe gerade so, mir kam gerade so mein Gedanken. Schaut mal, wie sich das entwickelt hat. Wie, dass es so viele Fußballformate gibt. Und so einfach so, Fußball ist so, ja, so online geworden. Also so viele Sachen über Fußball einfach online. Viele Videos und sowas. Das ist schon heftig, wenn man so überlegt, ne. Ich meine, vor fünf bis zehn Jahren, vor zehn Jahren gab es sowas. Das ist schon crazy. Nachjagen und dranbleiben. Da, wo du es jetzt sagst, euch werden immer Steine in den Weg gelegt. Es gibt immer Downphasen. Ich glaube, da spreche ich jetzt auch für Endes. Er war auch immer mit der Kleinste, oder? Früher? Ja. Er ist noch ein bisschen gewachsen. Ich bin irgendwo stehen geblieben. Weil ich damit sagen würde, lasst euch nicht von Rückschlägen zurückstecken. Aber bei mir war es doch noch aufgeregt, weil ich mit den Eltern noch gespielt habe. Du warst noch kleiner wie ich. Nein, nicht von Rückschlägen zurückstecken lassen. Immer weiter an euch glauben. Es geht nicht immer nach oben. Das Leben ist immer eine Talfall und ein Bergauf. Deswegen, nur weil wir hier was sagen, hat das noch lange nichts zu heißen. Genau. Okay. Starke Worte. Danke dir schon mal dafür. Dann einmal Dian gegen Adrian. Und beide Torhüter auch wieder stark. Jeder zwei Offensive, jeder zwei Defensive. Und dann haben wir, glaube ich, nochmal fürs Gewissen. Wenn es jetzt nach Ausbildung geht, dann ist Dian ein Schritt voraus. Nein, es geht hier nach Leistung. Wow. Entspannt geht der vorbei. Alter Schwede. Der ist hier voraus. Es geht halt nach Leistung. Wer performt heute? Das ist das. Ja, aber das ist so. Der hat zurückkehlt dazu. Und es ist ein Jahr älter. Wer ist ein Jahr älter? 2,7 oder was? 2,8. Nein, beide 2,8. Ach, es ist auch 8. Okay. Dann nicht. Boah. Aber der ist halt so ein entspannter Spieler. Vielleicht sogar ein Ticken zu viel. Beide Qualität finde ich. Überleg mal, er ist Linksverteidiger. Aber er kann nur auf rechts, ne? Filo, deine Entscheidung. Wieder ich als erstes? Ja. Ne, warte, komm. Doch, ist okay. Okay, okay. Boah, meine Entscheidung. Beide top. Aber du bringst schon alles mit. Man sieht, dass du intelligent bist, wie du spielst. Deine Bewegungen, deine Kontakte. Du weißt, in welchem Moment du vorbeigehst. Und so. Ne, Kackholz, wa? In der Jury. Habt recht. Ich sehe es einfach so, dass ich ihm so die Chance geben will. Weißt du? Weil er noch bei einem kleineren Verein spielt. Und du hast schon alles so gesehen. Du hast schon die beste Ausbildung, die man sich eigentlich so wünschen kann. Nur deshalb gehe ich. Du hast auch krass gemacht als Außenverteidiger. Nur deshalb gebe ich ihm. Ich liebe euch, Chat. Habibis. Die Stimme. Reicht. Wallah, Bilderei. Ich muss Trainer werden. Reicht. Jürgen Klopp Ansprache in der Halbzeit. Also versteht es auch nicht falsch, ne? Perfekt. Alice? Ich bin bei dem, was ich vorher gesagt habe. Dian kenne ich. Super Fußballer. Aber wie du auch schon gesagt hast, er geht nicht schon eigentlich das voll rum. Also Grundum-Paket. Passt doch. Jetzt bin ich immer ein Fan davon, Menschen eine Chance zu geben, die das oder die gerne den Platz hätten, was Dian hätte. Plus eins. Das ist auch noch ein etwas Tick defensiverer Spieler. Ja. Trotzdem ein paar gute. Bravo. Reden, Aiden. Reden. Bewegungen dabei gehabt. Ja. Und Dian wird eh seinen Weg gehen. Stark. Alles klar. Jungs. Sehr geil. Geiles 1 gegen 1. Und ich bewerte jetzt mal einfach nur das 1 gegen 1. Und da hat mir Dian besser gefallen. Meine Meinung. Ein bisschen zielstrebiger. Adrian trotzdem. Du bist so ein bisschen so ein Straßenfußballer. Man sieht das. Geile Bewegung. Immer viel Sohle dabei. Hast auch die Tausendfüßler an. Super stark. Ich sage jetzt einfach mal Dian. Meine Meinung. Von dem, was ich gesehen habe. Aber ja, dann haben wir es. Danke euch. Dankeschön. Danke euch. Also jetzt einfach nur der Gewinner ist weiter, ne? Ja, genau. Wir können uns jetzt entspannen hier. Ganz entspannen. Okay. Habe ich noch nicht, Bruder. Ich glaube, das dauert auch ewig mit einem Trainerschein, oder? Okay, let's go. Bopala. Er hat so eine Dynamik, ne? Ja, Mann. Was hat er denn? Stark. Uff. Der ist schon gut, Alter. Der ist schon gut, Alter. Der ist schon gut, Alter. Boah, wenn du mir schon sowas schreibst, der wirst ... Seh ein bisschen vor. Aber er auch. Ich mag seine Bewegung auch, ne? Der ist gut. So technisch so schön. Der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Ich gehe ihm auf den Torwart drauf zum Beispiel. Oder er ist so ein Bomber. Einfach Gewalt, Dicke. Kein Berliner. Oh, 1-0. 1-1. Äh, 1-1. Ja, stimmt. Lost. Ich bin hier schon wieder ganz wirr. Mystery, sehr viel Ego, ja? Stimmt. Muss man auch bedenken, ja? Das ist das Einzige, was mich an ... Aber seine Bewegungen sind auch richtig gut hier, ne? Von dem ... Stört es so ... Keine Ahnung, es kann noch smoother sein, irgendwie. Mhm. Also er ist schon krass, natürlich. Nicht falsch verstehen, ne? Gerade im Vier gegen vier war er gerade überragend. Der war überragend, ja. Jetzt quer. Jetzt quer. Spiel doch, Bruder. Das ist zu viel. Jetzt quer. Wie er trotzdem durchkommt. Also er macht ihn zwar trotzdem rein, aber das ist ein bisschen zu viel für mich auch. Also er ist schon krass, natürlich. Nicht falsch verstehen, ne? Ja, aber nicht nur, Bruder. In dieser Situation musst du, finde ich, rüberlegen. Im Vier gegen vier war er gerade überragend. Der war überragend, ja. Jetzt quer. Jetzt quer. Das ist zu viel. Jetzt quer. Wie er trotzdem durchkommt, ne? Du hast es von Anfang an gesagt. 2-1 oder 3-1? 2-1. Der ist echt gut mit beiden La-Füßen. Ja. Bist du so wie ein schöner Wetterfußballer? Oh! Mach ihn, mach ihn doch! Ich schwöre. Weiter, weiter, weiter. 30 Sekunden. In der Halbzeit eins. Schöner Ball. Gut, Momo! Aber er wollte rüberlegen. Ich schwöre gut. Geh noch mit. Habibi. Nicht Habibti. Habibti ist für Frauen. Momo geht richtig auf, ja? Aber der kann nicht mal, oder? Der ist tot. Stark. Zehn. Neun. Der ist schon echt gut. Ja, ja. Ey, es macht so Spaß. Da ist richtig Qualität drin, ja. Vorbei, ne? Okay, vorbei. Vorbei. Benni hält es schon nicht mehr auf dem Stuhl. Ich liebe euch Habibis. Ich schwöre. Weil ihr Löwen seid. Ich liebe so ne Streams, ne? Ich liebe das. Das auch rauszulassen. Viele sagen ja immer, Mann hat der Herr oft darüber zu reden und so. Ich liebe das. Sollen sie platzen. Oh, du musst was richtig gemacht haben, damit sie überhaupt auf dich kommentieren. Und den kleinsten Fehler ausnutzen. Entschuldigung. Hammer. Auf die Plätze. Fertig. Go. Zwei Minuten. Gewinner kommt weiter, Männer. Wie steht's jetzt? Drei, beide. Ich glaube 3-2. 3-2 stimmt. Ich glaube beide gleich. Kevin, wie steht's, weißt du's? 3-2. 2-2. Ey Männer, 2-2, ne? Ne, 3-2. 2-2. 2-2, 2-2. Oder? 3-2. 2-2. Mach ihn! Oh, stark gespielt. Oh, direkt. Mach ihn! Ich kenn die nicht quer vom Tor. Oh, guter Touch, aber. Alhamdulillah, Bruder. Stark. Let's wrestle. Schön gesagt, mein Bruder. Kannst du. Dieser Löwe hier ist wirklich. Boah, Mungo Superjahr. Ja, bravo! So spielt man ein 2-2 gegen 2. Noch mal rüberlegen. Ey, Jungs, 3-3 schießt's, ne? 3-2 jetzt. 3-2. Wie ist das denn? Einti warte schon 3. Ja, der Chat hat zwei Tore gemacht, den anderen 3-1. Ja, ja. Warte, wir fangen jetzt erst beim Nisten aus. Oh. Ey, Männer, wie steht's? 3-3. 3-3, ne? 3-2. Ja, siehst du? 3-3. Oh! Ich stopp, Bruder. Ich sag 1000 mal. 4-2, wa? Ja, jetzt doch. Ist egal. Komm mal, Jungs, komm mal, Jungs, komm mal! Hoppala. Ich schwöre, Mungo Super, Alter. Oh, schade. Oh, mach ihn! Warum entgegen, Alter? 40 Sekunden noch. Alles ist noch drin. Bestraf ihn. Bestraf ihn, ja. Stark. Ne, vorbei wieder. Oh! Oh! 4-3. 20 Sekunden. 4-3, 4-3. Ne, oder? Verlängerung hier? Ne. Lass noch, lass noch, lass noch. 10. Ich sag gleich an. Digga, er macht die so gut. Er macht die so gut, also durch die Beine, so mit links und links. Digga, 3 Sekunden auf der Uhr. Ich dreh durch. Golden Goal? Golden Goal, ja. Ey, geil, ey. Geil. Spaß, er macht wirklich Spaß zuzugucken. Boah. Ist das stark, ey. Warte mal. Ja. Was machst du? Wir machen Golden Goal. Geht noch? Nein, er wirft hoch. Er wirft rein. Bravo. Und... Goal. Golden Goal. Unglaublich, Daniel. Links wie rechts durch die Beine, so. Das ist dieser, wie Mbappé immer den macht. Du kannst wirklich wissen. 50 Minuten. Oh, ein Tor. 50 Minuten brauche ich nach Hause. Ist das krass, ey. Als ob ich in die andere Stadt fahre. Wo wohnst du? Willst du nicht wissen. Spann doch. 50 Minuten von hier? Ja, 50. Gut verteidigt. Nicht so ein Tor, bitte. Ui. Geiles Tor, wirklich. Macht Spaß. Er holt den Ball auch immer ab. Ist auch stark. Der wird auf Augenhöhe. Läuft, 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 läuft. Ja, läuft. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's, Vizuri. Jetzt geht's. Nein, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Torhüter nicht. Torhüter nicht. Torhüter nicht. Torhüter nicht. Torhüter nicht. Oh, links super. Stark halten. Stark. Gut so, Mbappé. Boah. Digga, es war ein sehr geiles Duell. Ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt. Komm mal, Jungs. Eurel ist mehr gewinnen hier. Ja. Stark. Stark. Geil. Energie. Gott muss. Ja. Alles die Beine, Alter. Stark. Und, Digga, dann macht er wieder so einen. Der schießt nicht versteckt. Boah, geil, ey. Geiles Diveau, Jungs. Hast du Spaß gemacht? Der hat die... Ah, wirklich Spaß gemacht. Wirklich. Bleib dabei. Bis jetzt bei der besten Folge. Ja, ja. Von Qualität super. Ja, Jungs, das ist eigentlich... Eigentlich klar, oder? Ich glaub's an beide. Hat richtig Spaß genau zuzugucken. Wirklich. Hätten beide verdient gehabt zu gewinnen. Ja. Alle vier Granaten. Krasses, krasses 2 gegen 2. Feuer drinnen gewesen. Wirklich. Überragend. Beste Folge bis jetzt. So lege ich mich fest. Und in dem Sinne, bevor es ins Finale geht. Ich habe es glaube ich noch gar nicht erwähnt. Es geht hier um 1.000 Euro. Der Gewinner kriegt 1.000 Euro. Darf die spenden. Du sagst Energie und er und er... Cottbus. Ach so. El grande Finale. Judd gegen Adrian. Landesliga gegen Bundesliga. Wer zuerst drei Tore erzielt, gewinnt. Let's go. Er ist so smooth. Ja. Das sage ich die ganze Zeit. Weißt du was er hat? Er hat ein bisschen was vom Kakao. Stark. Er hat schon echt... Bruder, er schießt mit... Super. Ich fand ihn am Ende richtig gut. Wirklich. Er ist wirklich simpel. Aber irgendwie... Schnelli. Vor allem mit links. Wie soll ich sagen? Ein bisschen... Das sage ich das. Nein, das ist die ganze Zeit. Wie sieht man das? Wenn du mit dem Tempo auf den Verteidiger rauf gehst, ist das ganz anders. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Ja. Schieß doch. Ohohoho. Mit links? Alter. Drei Tore sind schon viele, oder? Wir haben zwei. Ja, wir haben zwei gemacht. Bis zwei, ne Jungs? Bis zwei, ja. Ist auch anstrengend. Er will es trotzdem geben, glaube ich. Stark. Digga, er macht alle Bälle, die er reingemacht hat. Alle. Alle waren extrem platziert vom Jart. Der ist so effizient. Auch im Schein. Matchball. Matchball, Jungs. Kann er nachziehen, aber ja, oder? Ja, ja. Nachziehen. Aber wer ist der? Der Leckere? Boah, der ist brutal, oder? Ja, Mann. Schau. Hachiba war es brutal. Ja, genau das ist es. Oh, lange Ecke. Lange Ecke ist offen. Oder Kurzeck, klar. Oder so. Wieder Matchball, Jart. Oder wie André Tore immer gesagt hat. Gewinnst du. Ich finde es so geil, dass du auch immer auf die Videos reactest und so. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist mein Video. Ich bin auch immer ein ehrlicher Mensch. Du bist auch noch mal ein anderes Level als wir. Ach was. Weißt du? Und ich finde es geil, dass du das supportest, reactest, wir bist. Auch an euch nochmal danke. Das ist geil, Mann. Wie gesagt, ich liebe das. Ja, das reicht schon. Kann man da nachziehen? Stark. Vorbei. So Leute, das war es mit der heutigen Folge. Alles für Berkin. Erstmal Adrian, Finalist. Super gemacht. Ich würde sagen, der beste Landesligaspieler Berlins. Wurde bestätigt. Stark. Machen wir Foto jetzt, oder? Wir machen auf jeden Fall Foto. Erstmal die Übergabe. Ach die Übergabe, okay. Herzlichen Glückwunsch, Junge. 1.000 Euro. Glückwunsch. Das ist der Scheck. Ehrlich? Sehr cooles Video. Loser Torsten der Scheck.